Also, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play von TTT Trouble in Terrorist Town Ja, sorry Also, und ich bin natürlich wieder nicht alleine Ich hab hier wieder ein paar Leute mit am Start Und wir fangen an mit unserem Tic Tac Suchti, dem Kai Oder auch Scheiko So, dann ähm Ich glaub, er fehlt grad noch, der wird jetzt später wieder dazukommen Danach ist, der macht eben alles knusprig und ist aber nicht mehr selber ganz knusprig Das ist der liebe Captain Crunch Wow, die sind sowas von schlecht, ich geh gleich heulen Nein, ganz ehrlich, ich hör auf deine Videos live Ja, so, was hab ich denn noch hier auf meiner Liste Hier Ja, wenn man in der fünften Klasse ist und wenn man welche Gedichte schreiben muss, sind das schon Ja, schon da Wir haben mit dabei noch unseren falschen Russen Den, äh, Crimey Raven Raven Der auch Daniel heißt Soweit Dann der Typ mit dem Zeichen der Aufklärungseinheit Das ist der Adam, alias Niklas Dann der Typ, dessen Namen man nicht aussprechen kann, des Agenda-Namens-Tim Äh, mhm Was zur Fähne, Kevin Und dann haben wir als nächstes noch Er ist immer KOS und hält nichts viel, nicht, nicht, nicht viel von seinen Traitor-Kollegen Das ist der liebe E-Apex-Predator Ja, meine Freunde, Kollegen, ich glaube nicht nur Die wurde angesniped, die wurde angesniped Ja, auf jeden Fall, ich hab Redskin gescreen übrigens Ja, auch genannt Steve hier Und dann, als, wen hab ich denn noch hier Ah ja, den Österreicher des Teams Er hat aber nicht die Autobahn erfunden Der Paralyze So, Leute, und last but not least Der liebe Sorry Der liebe Pongi der Pinguin Der allerbeste TTT-Spieler aller Zeiten Dafür hat er mir ein paar Skittles gegeben, dass ich das hier sage Oh, Schleichwerbung, was nicht Ja, sorry, Schleichwerbung Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich die schlechteste Anmoderation ever Ach was, die hat coole Wortspiele Coole Wortspiele, ja, soweit Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer ist überhaupt alles tot? Ich hab hier gerade ganz Zeit Redskin Okay, hier wurde jemand weggesniped Das war der Kai Der war ein Traitor Ja, ich hab ihn umgebracht, bin ich jetzt prüben Das war mir klar, nachdem er den zweiten getötet hat Ich hab ihn umgebracht, bin ich jetzt prüben Ja, ich hab auch drauf geschossen, aber ich hab ihn nicht getroffen Nice Ich wurde aber vorhin angesniped, ich glaub, das war Kai Ja, das könnte Kai gewesen sein, der hat einen Schnippel Glaube ich, ja, hat er, hat er Wer lebt denn auch? Wer lebt denn auch? Das heißt, Paralyzed ist es Töte Paralyzed Wo ist der? Oh mein Gott Oh mein Gott, nein Schieß auf das Fahrt, du Mongo! Baby Oh, ja Heute waren wir im Wald und haben Holz gemacht Und ähm, mein Chef hat so erklärt, ja, von Tierspuren da waren Wildspeine unterwegs Und da hinten waren schon Pilzsammler unterwegs Und eigentlich fragt einfach, ob Pilzsammlertiere sind Was, was haben, haben eigentlich meine Trinkerkollegen, die mir in Ruhe gebracht? Nee, ich wurde direkt ein, der erste dritten Mal hintereinander Ja, ich hab einen mitgenommen Ich weiß noch nicht mehr weh Weil ich weiß nämlich, ich hab drei Leute gesniped Oh mein Gott, aber ich dachte eigentlich schon bei dem ersten, dass du auf mich gesniped hast Aber ich war mir nicht ganz sicher Und dann, als du noch eingetöht hast, den Konferenz hast Nein! Ich bin tot! Ohne Scheiß, was ist denn mit den Ping los? Ich weiß nicht, dass du dein Ping los bist Also ich fing meinen Ping gut Ja, du Ja, weh Weh Gleich wieder vor Guter Ping So, deshalb ist Kai vorhin nicht gestorben, als ich mit der Liga erinnert Ähm, mal überlegen Bist du's Dum 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 Eine Frage, der Nico macht auch mit, oder? Ja, der macht es auch mit Ja, okay,你说 unser kleine... kleiner Chemiker. Der Nico Ich werde abgeschossen Kleine Chem... wow Ahja, schau dir doch mal seinen Teamspeak Namen an Das Sark Säure Diethylamide! LSD, was ist daran zu schwer ist Also irgendjemand hat mich schon abgesniped Jaja, das war die Pocketsch Pocket Rhyfer, glaube ich Oha, was… Bin runtergefallen, wtf You just died a little Kann man jemanden vom Dach treten? Also, als hätte ich ihn weg Seesn 6 machen wir nicht mit euch Adam ist runtergefallen, Adam ist runtergefallen! Hahaha Boah, Läder, Scheiß, diese Fick diese Läckzone! Oh, ups, fuck, ich bin wiedergefallen. Ich fliege, ey! Also ich fände den Zweier pingen, den finde ich eigentlich voll gut Normalerweise hast du ja ein Eis Oh, sie sind geflogen, sie sind geflogen! Das ist die Läck wahrscheinlich auch mit seinem Zweierping Ja, ha, 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 ha Das ist mir einfach ein Ping zu viel, ey Wunderscheiß, nix machst du dich, ey Ich hab ja kein Gorilla gemacht Hust mich! Wow, diese PC neu starten, ist gleich Aha Auf mich wird gesnipet Au, auf mich au Völlig zurecht Oh, ich weiß, der Red-Screen von dem Snipern kommt auch erst nach 10 Sekunden Damage kommt instant Wer hat da gerade eine Granate mitten in die Map geschossen? Hm, kreist Oh, what the fuck Auf mich schon wieder gesnipert Ich weiß es nicht, der ist Disguised, ich weiß es nicht, der ist am Turm Ich bin's nicht Ja, Daniel ist glaube ich, du bist weg von mir gerannt, das kann sein, aber der ist beim Turm, der ist Disguised und ich komm hier nicht weg Ja, dann warte ich einfach die Zeit ab Der ist am Turm Welchen Turm? Hier gibt's viele Türme Im oberen Ja, ich bin weggekommen Ja, Kai ist mit einer Diegel getötet worden Man sucht Leute mit einer Diegel Jetzt werfen alle Leute mit der Diegel ihre Diegel weg Ich hab ne Diegel Ja Ich hab ne Piste Shit man Ich bin's nicht, ich bin's nicht Achso, sorry, sorry Alter, warte Sorry Schutzreaktion Du hast mich voll erschreckt, ich hab ein Feuer geschaut Ja, ich auch Oh, jetzt ich hör C4, gell? Du Arsch Du legst C4 vor meine Haustür Oh Oh, ich hab die Haustür Gott Wow Ich hab am Anfang gleich mal Kai weggediegelt Dann hab ich Kunkowitsch und den Anderen mit dem Explosivfarce weggespringt Alter Ich fand ich die Diegel wegdiegel, aber der hat einfach überlebt Wow Am Anfang, weißt du nicht, ich hab ne Diegel in der Hand, Kai steht vor mir Er labert irgendwas Ich bin der Diegel direkt aufm Kopf Die hat selber hab ich bei Steam auch gemacht, da wird das nicht gestorben Ja, ich bin einfach auch gut Wie ist eigentlich unser dritter... Wie ist eigentlich unser dritter... Äh, traitor gestorben? Die waren alle noch am Leben Ja, es war Tim, Tim, sieben hat Ende Ich hab Tim instant gewonhitten Ja, ich wollte Steven onehitten, aber der hat auch überlebt Ich wollte Steven onehitten Kann ich aber bitte funktionieren? Steven, bitte mach deine Probe aus. Bitte, 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 bitte. Bitte. Was ist das? Alter, was war das Falsche? Warum? Was war das Falsche? Ja, Leute, ey. Der Retard. Ich ja super, du. Was war das Falsche? Retard alert. Retard alert. Oh mein Gott. Was war das Falsche? Ich hab den Kurzabgang. Der Beste, komm, bitte. Inkommen, bitte. Ihr seid echt super mitten in der Aufnahme, Leute. Was? Kann ich noch mal drauf gehen? Nein, wir gehen doch auf Daniels, dachte ich. Was tun wir? Nein, ich kann doch nicht hosten. Nein, Daniel kann nicht hosten. Na ja. Ja gut, schon. Scheiße, Daniel. Da muss ich bei allen wieder Dinger stellen. Ja nee, dann lass bei Steven. Die machen einfach deine Lex aus. Ich, ich, ich leck nicht. Ach, einfach aus. Ja, du nicht, aber wir. Ja, das ist ja auch nicht mein Problem. Na ja. Das wird jetzt dann wohl eine etwas kürzere Folge sein, aber. Weil er zum Fall zum Schneiden ist, der Mom. Ja, warum soll ich bitteschön schneiden? Ich komm grad an. Du ich hab da für einfach nicht die Zeit. Ich hör, krass ein. Sorry. Ich hatte Garys mutlle. Na ja. Warum ist es gestanden, ab? Kann ich jetzt zu dir draufzieht oder nicht? Oh Gott, was ist denn jetzt? Wer macht denn jetzt überhaupt? Ja, ich, aber das öffnet sich nicht ... Du kannst doch mit mir reden Ja, aber, es werden wir durch das Gedränge nicht! Ich hör dich.... Freeze, wer von euch schlimmt heute auch bis 20 nachts auf? ̶N? aprovechan gehts hier wo vor... JAAAA, weil ich bin auch fertig... Niemand, ich hab morgen immer in der Schule Auch wenn auch nur 2 Stunden, aber egal Kevin hat wahrscheinlich morgen kein Kunst, oder sowas Ich hab keine Mathe und kein Kunst Aber Kevin, du wirst doch bitte zu Frau Rott in den Kurs gehen. Ja, natürlich. Was für ein Server, ich kenne keine Server. Also dann, wer ist deinem Server? Ich werde gemeldet. Ist jetzt eigentlich ein neuer Server da? Welche Server wird jetzt... Steven seiner wird auf. Ja, Daniel kann nicht raus. Alter, Daniel Kai, hast du damit gerechnet? Da muss ich bei allen noch Hamachi erstellen. Ah ja, perfekt. Ich seh dich nur, wie du gerade voll ohne Bewegung einfach nur da stehst. Community Pool, das ist cool, ne? So, dann spiel noch etwas Community Pool. Ich bin noch in der Aufnahme drin. Servus, den ich angeguckt hab. Ja, und der ist noch schon hergerannt. Ja, das dachte ich mir auch, da rennt mir keine hinterher oder so. Ne, würd ich auch nicht machen, wenn ich gerade direkt vor mir im Haus reine... Der reagiert einfach nicht mal. Du weißt schon noch die eine Runde, als ich dich abgeschossen hab, als wir auf jeden Fall haben die Sniped? Ach, in der eine Runde, wo wir uns alle getrüttelt haben? Äh, der Detective ist hinter dir hergelaufen. Ja, ja, die weiß ich auch noch. Ja, in der vorländischen Runde war's. Da hat der Detective einfach hinter dir hergelatscht. Also, hinter dir vorbeigelatscht. Das hat dir nicht gestört, ne. Wann war denn das? Nur in deinem Traum. Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, da war das. Ja, jetzt hat er keine geile Musterkräfte. Alter, diese scheiß Rifle nehmen wohl die Schuhe wieder, die so schlecht... Hey, Steven, warum schießt du mich eigentlich ab? Weil du ins Wasser fällst. Weil ich ein Detective bin und ich darf sowas. Ich hab ein Ohren. Aber, 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 ich bin doch innocent. Ich glaub, Pirmkowitsch ist es. Okay. Na? Wie viele gibt's denn? Steven, wirst du nervös? Wirst du nervös? Wirst du nervös? Wirst du nervös? Ein Geburtstag. Ein Geburtstag, so. Wow. Ja. Alter, ich krieg gerade im Hintergrund irgendwelche Meldungen rein. Ich komm nicht mehr rein. Wer wird nervös? Wer wird nervös? Wer wird nervös? Wirst du nervös? Ich bin Proven. Ey, ist das eine AK, Team? Ist das eine AK? Ja. Nee, das ist ne Kalil. Was ne? Dann gehst du jetzt bitte rein in deinen Klon, ich mach mir das zu. Okay, bin ich dann Proven? Ja. Steven, du bist meine Kontaktperson. Wenn du da rausgehst, dann bist du nicht mehr Proven. Okay. Da flog gerade ein Stuhl durch die Gegend. Ich hab gesehen, das sind deine... Steven, das ist noch ein Schuh. Steven, das ist noch ein Schuh. Steven, der Stuhl. Da, in der Scheiße. Versuch's wieder, versuch's. Danke, danke, danke. Alter, gibt's hier keine gescheite Waffe mehr. Danke, danke, danke. Ich bin Stark. Deine Stark. Ihr kannst's wieder haben. Ich will auch keine Wahl. Du wirst jetzt keine Wahl haben, aber für deine Freundin. Aber du bin ich da. Rettet den Stuhl. Rettet den Stuhl. Ja, was will ich mit... Ah, danke. Ich brauch was zum Sitzen. Die Toilette wird langsam hart. Die Toilette wird langsam hart und kalt. Was? Look at this. Fuck at the fuck. Warte, 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 warte. Look at this shit. Armin, werf ihn rein. Fuck, warte. Warte. Gibt's hier gute Waffen? Steven, du bist besser im Weg. Steven. Ah, nein, nein. Ich glaub, er lebt noch. Fuck are you doing? Hä, wer ist es? Warte, warte. Steven, hör auf mal, hör auf mal, hör auf mal. Okay, nein, schade. Vorhin hat er sich bewegt, obwohl man gar nicht geschossen hat. What the fuck? Wo gehen eigentlich die ganzen Stühle hin? Ja, in die Toilette. Sorry. Ein Geist hat von Orca Besitz ergriffen. Ist überhaupt bis jetzt schon jemand tot? Ja, hier ist er. Über ein Stühle. Wow, du hast mich runtergerufen. Mein Handy vibrates. Ich bin hier mit Tim. Ich muss voll fasziniert von dem Orca. Okay, warte, 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 warte. Hey Armin, Flying Orca. Ah, hör. Kaif, sind wir wieder Freunde und machen uns nichts. Oh, ja. Wie in der einen Runde, wo wir uns... Steven, Alter, was machst du mit Daniels Toilette? Achso, können wir machen. Nein. Nein, nein. Komm wieder, komm zurück. Rauschen wir gerade zu. Wer ist der Stuhl? Ja, lass das so hochstappeln, bis Daniels in der Nacht gehen kann. Wollen wir, wollen wir Toilettenparty machen? Jungs, wer ist der Stuhl? Toilettenpartstuhl? Ah, fuck, what the fuck? Ah, Robin und Douglas. Alle rein! Bleibt jetzt alle hier drin und wehe ein Stuhlstück. Jo. Jo. Komm, da hinten sind noch vier Stück. Nein! Wer schießt hier? Daniel hinter mir. Ich hab Angst. Hermie ist es. Hey, was? Steven, lauf mal zu dem Studio her. Da ist jemand im Traitorraum drin. Da ist jemand im Traitorraum drin. Ich bin's überhaupt nicht. Ich bin's nicht. Steven, du kennst mich. Aber ich hab hier Angst vor Armin. Steven, du weißt, was ich mach, oder? Ja. Lass mich durch. Steven? Ich will weg. Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Pech für ihn. Steven? Warum kann Daniel nicht reden? Steven? Ja. Du weißt, was ich hier mach, oder? Ja. Oh mein Gott. Romkovic, gehst du bitte weg. Da? Ja, tschüss. Dann nehme ich die zwei Stühle, die da rumliegen mit. Hier ist Tim. So. Leute, da hat's immer noch weit... Wer ist da rausgegangen aus dem Rom? T-N-E-C-O-N-N-I. T-N-E-C-N-N-O-N-N-I. Ich mach's selbst, wenn ich's ablese falsch. What the fuck? Wer schießt hier, wer schießt hier, wer schießt hier? Wohl wurde geschossen. Das ist nicht schlimm. Wow. Wow. Wow, das war so bad. Achso, es war nur... Why are you so bad at video games? Hey, ansonsten lebt da aber nur noch der Tim. Dann ist der's wahrscheinlich noch. Nein. Ist es Tim oder Hirmy? Tim. Also Steven, ich würd sagen, Tim und Hirmy töten sich gegenseitig. Ich bin dafür, ihr tötet euch einfach alle gegenseitig. Steven, kannst du zur Tür laufen? Hier kommt grade ein Stuhl rein. Nein! Lass... Ich schaff das auch alleine. Ich brauch deine Hilfe nicht! Wow! D-D. Höhlen des Ablenkungsmanöver. Der Stuhl... guck auf den Stuhl. Guck auf den Stuhl. Uh, Geister. Simon, wirst du behindert. Schießt einfach so ein Stuhl ab. Dreh dich da rum. Aaaaaah! Ich geh jetzt. Was? Ich geh jetzt, Tommy... Tim ist es. Okay, Bildzeit dürfte ich töten. denn es ist die Müsse ist es ist es ist auf den Stuhl und ihn bis dahinten das ist ein Stuhl willst du mich fahr er kommt der Messer der Natur er hat gesagt er muss da wohl Traitor sein er schießt auf mich! 63 läuft noch! es ist immer gut seinem Feind das anzusagen wieviel life man kann ich würde jetzt mal drauf tippen dass es Kevin sogar ist ich oh ich hörst das auch! Nein! irgendwie dachte ich zu äh Kevin wer hat 7 da war der gerade das war ne lange Runde ey aber Dete warum hast du mich umgebracht ich hab die komplette Runde hab ich einfach nur dort vor der äh vor dem Traitor Raum gewartet und hab versucht äh den Traitor der da reinrennt zu töten was? war sicher spannend hättest du nicht länger bei Daniel in der Nähe bleiben können ich hatte die Dschihad schon gekauft ja du bist auch schlecht aber ne ich hab keine Dschihad Steven warum hast du mich umgebracht? weil du da so komisch rum liefst in meinem Raum ja super was für ne Begründung ey und äh lief komisch rum du bist grundsätzlich Traitor deswegen hab ich dich getötet ok? äh ich hab das hat mir schon mal besprochen ja ich weiß aber ich find kein Bild von Putin als JPEG ja weil ihr seid so behindert oh Gott oder ich mach mir einfach Backpack nein irgendjemand schießt mich ab und mappt die Karte ja ich hab alles in meiner Pocketsack das war jetzt meine Schuld das war jetzt meine Schuld ok jaa los alle sind so ranzoomt wenn man zielt das hat ja viel einfacher dann zu ziel jeder würde nur einen Traitor sagen Armin ne naaa ein Pistol oder so da hat einer gerade einen umgebracht ja ich weiß nicht Kevin Kevin komm wenn er Leute umbringen will dann lass ihn doch das ist doch seine Wahl da rennt aber gerade einer zum Traitor hin ok ein Traitor-Test Doc äh warte wer bringt sich da gerade um jetzt zerfst du die Fesse ich zerfst du die Fesse Daniel warum hast du mich abgeschossen das war Niklas geh weg geh da weg Kevin oh hör mir da reden wieso schießt du mich ab um mich rum wird geschossen ich komm jetzt bitte töte mich nicht Steven ist es wenn ich nicht mehr red dann krank ich bin kurz ab krank was Steven ist es warte mal meine Augen oh mein Gott bin ich fabulous gestorben what the fuck ah da leuchtet gar nichts aha jetzt wird es jetzt wird es ausgemacht aha ist einer gestorben du kannst hier hin da wollte glaube einer zu uns nach unten ich kann das nicht so gut ja das glaube ich auch warum warum ich kann das nicht so gut das ist so grobe oh humm jede Leiter ist besser als Tracer pass auf hier ist immer noch C4 gell ja ich weiß er hat die Mikrowelle gerackt ich raste aus evan ja ja ich habe nur zu der Leiche hingerannt das heißt also es gibt doch trytracer 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 das heißt also einer von denen ist noch in äh numkowitsch also der der von humkowitsch Tim Captain Crunch oder Adam okay okay Steven ist schonmal tot you suck mate warte kann ich da jetzt nicht noch einen Punkt rausziehen oder so ist das eine Galil oder eine AK Kevin du weißt was fehlt oder leider habe ich nicht keine Punkte scheiße ah ich habe die AK geil danke Steven oh wow hmm not even am camp halt das lustige ist halt ihr könnt C4 davor liegen ja das macht aber nichts das killt uns nicht ich? ne aber wer lebt denn jetzt alles noch der Traitor-Tester ist kugelsicher und explosionssicher du kannst ihn einfach dahinter verstecken echt? ja ok ey lass mich hier auch rein hallo ah ich bin drin da kommt wieder einer runter da kommt wieder einer runter hörst du nicht wow hab grad angeschrieben das hat jeder gehört das hat jeder gehört Tim steht in der Tür gib mir Feuerschutz kann nichts sehen zuviel Navel Navel? Gnader Gnader auf die Fresse helfen wir Kai wir blockieren den Weg fuck yeah fuck yeah block den Weg block den Weg oh block den Weg nein wir helfen dir doch was machst du da block den Weg Leeroy seid ihr nicht auch dafür dass Spell und dass zwei Traitor sind bei so vielen nein das heißt at least at least at least checken finde ich auch dass zwei Traitor besser sind bei so vielen oh 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 mein Gott hab ich Kevin gekillt? aber geil gespielt hab ich Kevin gekillt? hab ich Kevin gekillt? ach so das war meine Mindhirtel das war meine Mindhirtel nein das war meine Mindhirtel das war irgendwie ziemlich scheiße dass du gestorben bist Kevin trotzdem wie kannst du da noch leben weiter halt wo ist Kevin? ich lieg äh ah ja eine Explosion ok gut wer hätte jetzt gewonnen in Inno-Senterino? ich hab gewonnen ich hab geragt geragt du hast drei fucking Shotgunschüsse in die Fresse ausgehalten das ist nicht Bracken das ist ein Kaisers rum eigentlich doch ich geh Bracken es ist nicht sterben wie die Brauns ha meine du Bitsch gibt's ja eigentlich äh gibt nicht auch die Shirt Pocket Rifles ich hab gleich am Anfang eine Pocket Rifle ich hab eine MP4 und ich hab einen Red Dot MP4 hier liegen genug Pocket Rifles rum ich bin direkt auf einer ich bin direkt auf einer ich bin direkt auf einer Welcher? und der hat mir grad mal eine Waffe geklaut du 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 Alter irgendwas läuft dir grad falsch du 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 Das läuft falsch, ich bin kein Traitor und so. Hallo? Was, einen Moment, mich nicht umbringen, mich nicht umbringen. Das sagen die Innocents immer. Ich finde die auch, dass das komisch ist. Captain Grunge hat gerade im Traitor-Menü was gekauft, da steht AFK oben. Warte, nein, 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 einen Moment. Nein, 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 nein. Wie kann es sein, dass Lurbelubbe nicht Traitor ist? Hörtet ihn! Stecken die Illuminaten dahinter. Wahrscheinlich. Oder die Freimaurer. Oder doch Aliens. Ich glaube, alle drei. Warum wurde ich jetzt von Detective Daniel random gekillt? Ich bin nicht tot. Ich glaube nicht, Daniel. What the heck was denn? Ich bin gerade ohne einen gestorben. Oh fuck, Alter, Steven hat rausgetappt. Ganz ehrlich, ich hab Steven abgeschossen, einen Headshot gegeben. Und es kommt nicht an. Es kommt nicht an, guck mal den Kling an. Steven ist es. Kann ich vergessen. Naja, keiner mehr da. Kein Wunder. Er hat mich jetzt sofort gewonnen. Hintet. Ja, wer wohl. Ich bin, ich bin wegen dem Lack einfach gewonnen. Oh, Alter. Sag mal, was lädt denn der grad runter? Ich sag's dir einfach. Stopp mal deinem Porno-Download, ey. Jemand bei euch downloadet irgendwas. Das ist ja hammerkrass. Ich hab auch ne... Das kann nur an euch liegen. Ja, klar. Wenn ihr den selber hostet. Also, bei mir ist nix. Bei mir läuft's ja eigentlich auch flüssig. Nur Tag, ihr seid drauf. Und ich glaube nicht. Gut, ich lade mich mehr als die üblichen Porno-Signal. Also, kannst du auch nicht an mir liegen. Das Signal kommt trotzdem nicht an. Ich hab einen Ping von 86. Der ist ja noch ganz in Ordnung. 74. Alles in Ordnung. Wie hört ihr mich nicht mehr? Nein. Jetzt reicht's aber. Ich hör dich nicht mehr. Ja. Ich bin Traitor. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab den Schaden durch den Kopf gefressen. Ich hab dir die Mikrowelle an den Kopf geschleudert. Neue Regel. Wer den Ball hat, ist innocent. Wo, 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 wo. Ich wollt den Sektis gewerfen. Ich hab den Ball. Ach so, das denn. Oh, Arminus, Arminus. Wer ist vielleicht? Arminus. Ich hab... Warte, 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 warte. Arminus. Noll. Oh, lecker. Nice. Läuft bei dir so. War er Traitor? Oh, oh. Oh, oh. Niklas. Niklas. Ja, komm her. Niklas. Hol's dir, wenn du's willst. Hol's dir. Fick dich, Niklas. Ey, krieg den will ich nie, ihr Schwein. Hahaha. Oh. Oh, Nachland. Warte, jetzt hier. So. Kriegst du... Ja. War schon der fünfte. Hahaha. Krieg ich den mal? Wow. Hahaha. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Alle killen sich gegenseitig. Was zum Teufel. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich denk's mir grade auch, Daniel. Wow. Wow. Wow, jetzt hat jemand... Ich kann wirklich nix gegen Steven machen mit so nem Pink. Warten wir so. Hauptsache... Man kann nix gegen ihn machen. Steven ist innocent. Oh, hör mal. Was? Killen, killen. Alter, warum haben wir uns da gegenseitig umgebracht? Oh, für die Traitor macht. Oh mein Gott. 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 Alter, totales Massaker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag jetzt mal nur so. Ich, äh Cap'n Ronsch und ich hab mit der einzigsten Tausender Pinke. Ich hab gar nichts gemacht. JG ist übelst, ne die Pharma ist ja mega geil. Die ist echt geil. Die halt von Regen macht aber mit dem Armin warum hast sie mich getötet? Keine Ahnung, du weißt für was. Also ich hab mit die Leiter unterländerte Gebet, ich weiß gar nicht wo der Problem ist. Ich war einfach ein Mies so leicht los auf dem Boden gesetzt, weil ich außer Seelen ehh. Ich hab mit dem Mikro, wenn du bist, dann kam es auf meine Waffe gewechselt und deshalb hab ich dann geschossen. Das war ein Mal in das Reiter-Room und sieh wie einfach nur immer mehr Punkte kommen und ich stehe einfach einfach nur da und da auch nichts. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Also, ich hab das Gefühl, diejenigen, die für den Neuroursachen sind, sind Niklas und Robin. Wenn Niklas... Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Wen darf ich trauen? Mir darfst du trauen. Bitte hör auf. Brauch mal ne Camperposition. Brauch mal ne Camperposition, dann der Volk stirbt. Dann der Volk stirbt. Hä, warum soll ich dir die Pistol geben? Du bist nicht mal Dete. Du bist nicht mal Dete. Dete, ich veranlage einen KOS-Kund, weil ich meine Pistol haben will. Töte ihn bitte. Aber du bist nicht mal Dete. Captain Crunch, bitte erlaube mir den Kill. Äh, Ding war ein Trailer. Ja, YOLO. Ich kann eh nichts machen, weil ich wegen Niklas einen 300er-Ping hab. Darf ich bitte Hymkowitsch dröten? Ich hab Angst vor Kevin. Wer hat mich denn jetzt umgebracht? Sag mal, Captain Crunch, lebst du noch, du Mongo? Warum bringt der mich um? Doch, doch. Ja, bloß, äh. Ja, dann sag mir jetzt, ich darf Firmkowitsch töten. Nein! Warum? Ja, YOLO. Nur wegen dieser scheiß Pistole. Ach, Mensch, lass bitte. Scheiß darfst du. Ja, ich kam nicht durch. Ja, dafür gibt's deine Kramer nicht. Ach so, ja stimmt. Ja, YOLO. Ja, hi YOLO. Ja, ich bin rustig. Ja warum sollte ich Traitor sein? Nur weil ich dir jetzt meine Pistole hier nicht geben will. Ich hab natürlich meinen Flagが散�되った。 NÜĐ. Stephenus wounded! Richtig! du bist russisch, du regelst das lieber mit Panzern. In der Ukraine! weil du deine rifle geklaut hast nö Steven is rounded richtig du bist Russe du regelst das lieber mit Panzern in der Ukraine Alter wie viele hier sind Alter was geht da drin ab Ich schieß gar nicht Leute was geht da ab Confirm erstmal die Leute Confirm Steven meine Fresse Geh da mal weg Hunkowicz Aber er war innocent wow Nein ich bin's nicht sonst hätte ich schon längst auf den Titel geschossen Alter lebt ja noch einer Warte wie viele Traitor haben wir jetzt Niklas Hör auf dir was bauen zu lassen Warte mal Hunkowicz, Tim, Kai und ich leb noch Das heißt Hunkowicz, Kai oder Tim Ja oder du Ja ich bin's nicht Warum bist du ich nicht Hunkowicz ist bei mir Hunkowicz ist bei mir Hunkowicz Ich Tim ist bei mir Tim ist bei mir Tim ist bei mir Kai ist es weil der hält sich von einem raus User entered your channel Oh stimmt Kai lebt noch der könnte sein Der ist immer ein Traitor Außer halt meistens Okay okay Ihr werdet jetzt ein episches Duell ausführen Oh shit Okay Das war episch oder? Das war total episch ja Aber ich hab jetzt meine Geh weg Geh weg Jawoll ich hab sie Ey dann ist es echt Kai Das weißt du nicht Entweder ist es Kai oder es ist Tim Ich bin Grooven du kannst Kai töten Aber ich weiß nicht wo er ist Okay ich töte Kai Okay okay Ich töte dich nicht Robin Warte Captain Crunch hast du nen Radar und kannst uns sagen wo er ist Äh ja äh er ist hinten Er ist da in der Eingangshalle Okay Äh wow ich lag Oh Gott ich Niklaaaa Wer ist im Traitor Room meinst du dann? Wenn er dort vorhin drin ist Nicht reingehen Nicht reingehen Nicht reingehen Nicht reingehen Nicht reingehen Oh mein Gott Alter wie knapp Der Ultra Bait Wie knapp alter Der Ultra Bait Okay Du standst da drauf und bist runtergelaufen Oh Gott Also er ist weggegangen Er ist weggegangen Er ist weggegangen Leute Ich kann nicht machen Ich lege viel zu hart Niklaaaa Waffe scheiße Alter Was ist das? Die Silent Fox Die ist cool Auch Die ist voll scheiße Ich mach null Schaden Ich hab auch immer grad Dete war Das ist einfach unfair wenn ich grad mit dem Rücken zum Kevin stehe sagen Jetzt episches Battle Ich mach Der Typ der in die Dusche reingekommen ist stand da einfach eine Stunde lang rum Dann drück ich auf den Knopf und plötzlich ist er wieder draußen Holy shit Niklas lag Alter der Ping Waffe Alter ich hab meine neue Lieblingswaffe gefunden User in your Channel Time down Der Ping Junge Oh mein Gott Alter alle 300, 200 Ihr solltet Ihr solltet vielleicht den Router neu starten bei euch Ja ne Bei uns geht es Es ist ja nur Niklas Nein es ist nicht nur Niklas Es ist nicht nur Niklas Ja wir alle legen aber Ja Ja Also wir machen jetzt noch die Runde fertig und danach ist sowieso Aufnahme beendet Achso Achso Dann haben wir grade mal Aufnahme Ja Oh Leute Hahaha Oh Innocent Geil Innocent Okay ich will nicht mehr Ich hab zu hauen Okay ich weiß nicht mehr welche Uhr es ist Bei mir steht Haste Robin schießt auf mich Haste Kennen wir Robin? Kai du weißt was? Ja Okay Bin schon aufm Weg Er war Innocent Okay 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 Ah Du schießt mich an Ich wurde von Robin angeschossen Echt jetzt? Nein von Tim wurde ich von der Crowbar geschlagen Von Tim Ich bin kein Traitor ich gehe in den Traitor zusammen Aber wer ist das? Achso Hymkowitsch Bei mir würde es nicht alle sagen Fühlte nur grade alle äh äh oder mach alle grade Fässer gerade kaputt Wer ist ein Detective? Ich brauche eine Yield Station Zu spät Kann man eigentlich ein Detective herrufen? Call Detective Normal ja zur Leiche locked Das sollte dann so ne übelst fette Rechnung beim Detective auftauchen Ich trink fix was? Ja Jaaa da kommt Ein D aufm Bildschirm Okay Call Detective Ich habe zwei getötet Woow du bist nicht tot Da hinten bist jetzt grün Nehm meine Fresse jetzt Armin gucke mirimin zwei Leute um zu bringen noch wie der Wettel da hinten war glaube ich gerade einer kann das sein was ich nicht ich nicht gesehen ich habe meine Lieblingswaffe ich bin okay ich habe eine Farmer aus und eine Kiegel die Ds werden immer mehr Jungs kann aber man kann nicht Rollbang in dem Spiel doch kann man auf Luft auf konnte ich nicht durch den Turm schießen doch es gibt es gibt er wenn der an den du durchschießen kannst zum Beispiel Holzwände kannst du durchschießen nee weil vorhin habe ich durch eine Steinwand versucht zu Holzwä... Steinwände kannst du vergessen ja das war halt so ein Turm das ist nicht Call of Duty nee ich dachte das ist eher so ein CSGO ähnlich und da kannst du ja auch durch einsfache Wände schießen raus hier raus hier raus hier tu es einfach der ist in Trader Room lauf bist du tot? I just cried a little oh nein it's another baby she's gone for all that she wants okay weiss eh wer auch immer tot ist wer kann meine Mausezeichen lesen du machst gar keine Mausezeichen lol ihr müsst mal über einen Traitor gehen und dann mit der Kamera so dass ein fettes Tee in eurem Screen ist ja nur dass nur Traitor Tee über den Leuten haben gell ja stimmt habe ich vergessen ich bin so unfähig eh aber ich bin ja glaube ich eh der einzige der noch lebt nein Tim lebt noch Steven aber ich glaube der ist Traitor ja ich hab keine Chance sooo na dann würde ich sagen war es das mal wieder mit einer Runde Tee 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 ja du hättest drinnen bleiben müssen na auf jeden Fall sieht man sich beim nächsten Mal bis dann auf wiedersehen Traitor Tee 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 T